Unsere Träume, weil die Zeit, wie wir zusammen waren, wir werden immer das Zweifel sein. RTL 2. Gleich geht's weiter mit den Pokémon World Championships. Werbung! Die Knubbel der Kamele, auch Höcker genannt, sind eine geniale Erfindung der Natur, denn sie speichern Wasser. Das gleiche Prinzip findet man auch im Kinder-Happy-Hippo-Snack. Der hat sogar drei Speicher. In diesen lustigen Knubbeln steckt das Beste aus viel Milch und Haselnuss. Kinder-Happy-Hippo-Snack, der mit den drei Speicherknubbeln. Platz! Allzu besser, kann man die Knubbel ja nun wirklich nicht erklären. Schau nur Barbies magisches Haar, mal hoch, mal lang. Und was sieht sie an, ihr Kleid ist glitzert. So zauberhaft Barbie, dein Haar so toll gemacht. Rosen-Prinzessin Barbie, du bist... Neu! Rosen-Prinzessin Barbie, Prinz Ken und ihr Sternenlicht-Einhorn. Mit leuchtenden Hufen und Horn. Mit zauberhaften Geräuschen. Und die kleine Fee Serafina ist auch dabei. Einfach zauberhaft. Voll Bingo 4 ist da. Mit den A-Teams und Gigi D'Agostino. Voll Bingo ist einfach besser. Mit ATC. Kylie Minogue. DJ Bobo. Und OPM. Die kickt alles weg. Mit niemand. Voll Bingo 4. Einfach mehr für dich drin. Disney's Susi und Strolch Teil 2 gibt's jetzt nur auf Video und DVD. Und auch McDonald's ist auf den Hund gekommen. Einer von den ersten vier Vierbeinern, jetzt mit jedem Happy Meal. Wow! Nicht vergessen, Kinder Happy Hipposnack. Der mit den drei Speicherknüppeln. Hallo Leute, meine neue CD-ROM ist da. Endlich große Ferien. Moni und ich fahren zusammen ins Ferienlager. Frau Laufer organisiert eine große Schatzsuche. Aber etwas stimmt nicht. Alles ist irgendwie verhext. Helft ihr uns das Rätsel zu lösen? Verhexte Ferien. Das neue CD-ROM-Abenteuer mit Bibi Blocksberg von Kiddings. RTL 2 präsentiert Bravo Super Show 2001. Mit Outcast, Sugar Babes und ATC. Das Beste aus der Show und den Charts mit Britney Spears und Modern Talking. Gewinner, Top-Hits, Superstars mit Janett und Prezioso. Bravo Super Show 2001. Die Doppel-CD. Body-Schmuck. Stickerschmuck, der glitzert. Wähl dir eine Form. Mit Juwelen und bunten Glitzern kannst du verzieren. Glitzer-Sticker-Schmuck. Hey, das ist cool, richtig cool. Immer wieder anders. Echt cool. Barbie Studio. Glitzer-Sticker-Schmuck. Neu von Barbie Studio. Und jetzt auch Perlen-Kreativ-Set und Magnetschmuck-Set. Cool. Top of the Pops. Dein Magazin jetzt im neuen Look. Mehr Stars. Mehr Themen. Mehr Extras. The new Top of the Pops Magazine. Check it out. Playmobil präsentiert den völlig neuen Reiterhof. Wir fahren zum tollen Reiterhof, um vieles zu erleben. Ronny reitend im Galopp, auf den Wagen hoppla hopp. Rasch aufs Feld, um Stroh zu holen, denn Maja bringt ein neues Bohlen. Viel Spaß mit dem neuen Playmobil Reiterhof. Mein Tipp für den Osterhasen. Bob der Bär, die fröhliche Kindermode zu erschwinglichen Preisen. Exklusiv in der Galeria Kaufhof. Ich freu mich drauf. Wo steckt denn unser Kleiner? Der hat ein Date. Scheint ein Date mit Duell zu sein. Uh, süß. Aber auch ein bisschen härt, die Kleine. Sprecht er über mich? Dann über Hanuta. Wirf mal eins rüber. Hanuta mit knackigen Haselnüssen und feinherber Kakaocreme. Willst du auch mal? Hey, der frisst dir aus der Hand. Ein wenig süß, ein wenig herb. Eben Hanuta. In einer weit entfernten Welt drohen die Mächte der Finsternis. Nicht anfassen! Ein Kaiserreich zu erobern. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Dungeons & Dragons, jetzt im Kino. Hallo Kinder. Meine neue CD-ROM ist da. Bauer Humpe hat sich ein Bein gebrochen. Jetzt müssen Otto und ich auf dem Bauernhof helfen. Das Getreide muss gemahlen und das Gemüse geerntet werden. Außerdem braucht Resi-Humpe Milch und Eier für ihre Kuh. Das Bauernhof-Spiel. Die neue CD-ROM mit Benjamin Blümchen von Kiddings. Dieses Ostern klappert bei Nestle der Hase. Viele bunte Smarties in leckerer Vollmilchschokolade. Jetzt neu der Smarties Klapperhase. Jetzt von Garnier Ultra Beauty. Ein ultramildes Shampoo auch für Papas Haar. Dank der einzigartigen Kombination aus den Vitaminen der Grapefruit und der Energie des grünen Tees bekommt Papas Haar duftige Frische und Glanz. Ultra Beauty Grapefruit grüner Tee mit der Garantie von Laboratoire Garnier. Hallo Leute, meine neue CD-ROM ist da. Endlich große Ferien. Moni und ich fahren zusammen ins Ferienlager. Frau Laufer organisiert eine große Schatzsuche. Aber etwas stimmt nicht. Alles ist irgendwie verhext. Helft ihr uns das Rätsel zu lösen? Verhexte Ferien. Das neue CD-ROM-Abenteuer mit Bibi Blocksberg von Kiddings. Meine neue Mission. Dr. X-Stompel. Mit Kart X-Stream alles im Griff. In jeder Situation perfekte Straßenlage. Keine Zeit für Umwege. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Jetzt der versteckte Raketenstarter. Tja, in der Sackgasse X. Action Man Kart X-Stream. Werbung Ende. Ostern hasenstark. Power Theater 2. Die Sache ist so gut wie gelaufen, ne? Wir spazieren da rein und spazieren wieder aus. Es kann wirklich überhaupt nichts schief gehen. Okay? Entschuldigt mal, Jungs. Ich glaube, wir sollten uns unterhalten. Macaulay Culkin. Das ist nur ein kleiner Junge, okay? Wie der Vater, so der Sohn. Macaulay Culkin und Ted Danson auf der Suche nach der Haushaltskasse. Er und der Junge, beide. Zocken und zacken. Morgen um 20.15 Uhr. Allein mit Dad und Co. Nur bei RTL 2. Bravo TV mit Eni van de Maiklockjes. Diese Woche mit Pokémon in der Bravo Net World. Und ein exklusiver Bericht über das Phänomen Popstars. Bravo TV, Sonntag 15.45 Uhr bei RTL 2. Präsentiert von Yara Hautklar. Alles klar?